Ach Mensch, schlaufe. Oh nein. Wieder hier lang gelaufen. Okay. Nein. Ach. Alles klar. Ach, wo soll ich nur hin? . Hey. Hey. so Mensch, und wie muss man da hier lang kommen? Ja, doch. Nein. Da kommt es ja nicht lang. Mensch, ihr Arme. Nee, 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 nee. Ach so, er findet mich trotzdem. Ja, dieser Episode wird doch sehr gut laufen, denk ich mal. Wir waren doch nur dasselbe sehen. Jetzt finden sie mich eh wieder. Ja, aber klar. Ach, ich kratze ab hier. So ein Mist. So ein Mist. Ach so, wieso starf ich da? Warum? Warum? Ach so, war alle, blöd. Ja. Jetzt ist alles, tut mir, wie wir die Bombschrafen haben. Das ist komisch. Aber es war einfach so. Wir sollen nämlich die Bombschrafen lang abschneiden. Das ist dann echt. Aber es war dann auch so eine Runde. Das ist ja dann auch ein bisschen. Ja, aber das war so. Ach, es war so einfach, gut, alles klar, gut, wenigstens ein Lichtblick, was das anbetrifft. Ach so, hätte ich die Tür noch zu machen sollen. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Oh, endlich. Ja, wo ist er? Oh, was war das? Hm, ach, kack den. Hm, das hätte ich ja jetzt nicht so was bringen. Hm, merkwürdig. Nee, hier komme ich nicht drüber. Hier komme ich auch nicht hoch. Ja, aber irgendwo muss es ja dann gehen. Ja, ich bin der Meinung, hätte ich da nicht drüber springen dürfen. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Nee. Ja, kann ich drüber springen. Äh, Batterien leer. Hm. Nee, hier ist 9 Uhr was offen. Und so springen kann ich auch nicht. Ich will mich an den Kakteen mal umbringen. Menschen nicht die Leute machen. Sterb. Nee. י şey. Ähm. Monölayladen. Das war's für heute. Mensch. Alles gut. Hier wohnen wirklich nur Verrückte. Oh mein Gott. Nur welche, die anscheinend heiße Gott teufel im Körper. Puh. 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 Also hier bin ich Hause geklettert? Achso, ja. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Ich muss weiter. Ich habe keine Zeit. wo ist die kurbe das sehe ich auch hier hat es anscheinend nie geschafft da komme ich eigentlich durch ach gucke doch da ist sie so schnell die kurbe rein das should do the trick Alles Juh wird. oh mein gott how up oh oh Junge, die hat mir auf dem Muffer. Was ist denn das hier? 70 auf eines. Batterie. Ach, ich will da nicht rein. Alles führt bisher zu Sonne. Finde einen Haken. Hörst du aber nicht. 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 Wo ist der Haken? Da muss doch ja irgendwo sein, eigentlich ein Unding. Dann war ich ja auch schon. Auch nichts. Hallo, ich suche einen Haken. Hätten sie vielleicht einen Haken für mich? Mensch, kann nicht so schaden, da muss ja irgendwo sein. Hoffe ich zumindest. Finde einen Haken, den du heben kannst. Ja, hier ist doch aber nichts. Haken, Haken, Haken. Alle Schipper, Spaten zumindest. Hm. Hier irgendwo was. Finden sie jetzt nicht weiter. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Aber das hier auch nichts ist, das verstehe ich nicht. Das ist Pferd. Ja, hier ist doch nichts. Hier nicht, hier nicht. Hier ist die komische Scheine. Kommt man auch nicht rein. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin ja hier runtergerutscht, glaube ich, oder? Und wo? Und wo? Genau hier. Also muss der Haken ja schließlich auch irgendwo sein. Eine Mistgabe. Vielleicht damit. Find einen Haken. Ja, hier ist nichts. 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 Find einen Haken. Hm. Hm. Und wieder raus. Wird auch ein sehr langweiliges Unterfangen. Wird auch ein sehr langweiliges Unterfangen. Danke. Es kommt hinweg hier unten wahr. Es liegt hier oben nicht ein. Und was rum? Hm. Ah.